So, willkommen zurück bei Adrian Neville. Wir spielen heute jetzt gegen Bo Dallas. Meine Hand tut schon ein bisschen leh, komischerweise. Trifft Dallas mit vier Moves vom oberen Seil. Gewinne per Pinfall oder Submission. Und es geht um den NXT Title. Hui. Workouts. Ja, ich dachte, der wird angekündigt. Aber, nun gut. Ich habe einfach mal gewartet. Verspringen wir da auch mal. Mann, tut irgendwie ein bisschen weh. Weiß nicht warum. Aber egal. NXT Championship. Ach, die werden jetzt bekannt gegeben. Na gut. Dann lass mit Justin Roberts reden. Keine Reaktion. Okay. Das ist komisch. Aber, okay. Lassen wir es so. Lassen wir es so stehen. Adrian Neville hat das erste NXT Leitermatch gewonnen. So. Okay, vier Moves. Das müssten wir eigentlich hinkriegen. Aber mit Bo Dallas, ey. Das ist so scheiße. Oh Mann. Komm schon. Nein, hier wird. Was machst du da? Ne, Start ist aber neu. So will ich nicht weitermachen. Los geht's. Komm. Jawohl. Komm. Ja, geht auch. So. Oh, wie dumm bin ich eigentlich, ey. Machen wir richtig. Komm. So. Oh, was meinst du? So. Jawohl. Erster Move haben wir hingekriegt. So. Na, toll. Natürlich profitiert er davon. Warum steht er nicht sofort auf? So. Und Riturana. Wunderbar. So. Jawohl. Dropkick. Wunderbar. Und der dritte Ruf. So. So. Jawohl. Trifft Dallas mit dem Red Arrow. Okay. Ob ich das schaffe, ist die Frage. So. Bam. Der Tritt. Und nochmal. Ja. Dieser Konter, ey. Der hasse ich. Diesen Konter hasse ich. Ich bin noch leicht gereizt, weil ich ja direkt vom letzten Part wieder aufnehme. Ähm. Ja. Weswegen. So. Wunderbar. Elgin Abel fliegt ja so gern. Wie man ja merkt. Wie oft er am Fliegen ist. So. Gut. Gut. Scheiße. Oh. Nicht schon wieder so ein Konter. Jetzt steh auf. Nicht so an. So. Gut. Das kann ich gut mit den Seilen. Auch gut funktioniert. Jawohl. So. Und. Was? Reverse for 50. Wer für Bam mit dem Windschirm geworfen hat. Was? Okay. So. Ja. Der Bo Dallas hat den Titel von BG Lengsten damals geholt. So. Ähm. Ja. Von BG Lengsten auf eine unverraten Weise. Und. Jo. So. Vielleicht dieser 450 Splash. So. Ja. Komm. So. Nein. Ich steh auf, Junge. So viel hast du noch nicht abgekriegt. So. Gut. Jawohl. So. Okay. Probieren wir es mal. Ja. Das war doch klar. War das nicht klar, dass der kontert? Und ich hab zu spät gekontert. Klar. Und wenn ich den jetzt nicht, wenn ich den jetzt nicht rauskicken kann, dann rast dich aus. Ja. Ausgekickt. Perfekt. Ja. Jetzt dominiert der auf einmal. Genau. Was ist denn hier los? Oh Gott. Jetzt hat er ein Signature. Das ist doch nicht wahr. Ah. Ja. Lame. Lame. So. Hau ab. Hau ab, Neville. Hau ab, Neville. Hau. Hau einfach ab. So. So. Jawohl. Vielleicht. Moment. Nein. Er zeigt keinen Finisher von oben. Er hat keinen Katapult. Er hat keinen Finisher. Ja. Zeig ihn hier. Zeig ihn hier. Zeig ihn hier. Zeig ihn hier. Ja. Perfekt. Future Shock. Dini T. So. Dini T. Geh rein. Genau. Bist dumm. Ich behalte meinen Titel, ne? Nur so, ne? Das ist echt dumm, ne? So. Gut. Rausruhen. So. Hat das da sein Titel nicht so wichtig ist, das hätte ich nicht gedacht. Okay, ich geh rein. Geh jetzt rein. Und warte nur, bis der kommt. Bis ich dann meinen Finisher zeige, als Signature. Und dann zeige ich meinen Finisher. Und wenn der den kontert. Ja. Dann. Nee, 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 nee. Brauche ich nicht. So. Jawohl. Perfekt. So. Jawohl. Ich zeige meinen Fick-Signature. Jetzt aber. Jetzt aber. One. Two. Three. Perfekt. Geschafft. Boah. Oh Gott, ey. Das war anstrengend. Uuh. Uuh. Krass. Hier ist euer Winner. Und trotzdem. NXT Champion. Adrian Neville. Er hat es gemacht. Adrian Neville retains. Ja, und das ist so definitiv, wie es wird. Ich glaube, dass Bo Dallas jetzt nichts mehr zu stehen hat, wenn er zu sagen will, dass er der reichliche Champion ist. Alter, das war richtig hart, Junge. Richtig hart, dieses Match. Also, Adrian Neville ist sehr, sehr schwer. Also, für mich zumindest. Ui. Aber da haben wir auch alles geschafft. Und, ja. Glückwunsch, du hast Adrian Neville freigeschaltet. Adrian Neville kann jetzt überall in WWE 2K15 eingesetzt werden. Geil. Ja, ich muss den einen noch freischalten. Das machen wir doch später irgendwann. Hol ich es nach. Junge, Junge, Junge. Das macht echt Bock. Also, Adrian Neville, das hat sehr, sehr viel Nerven gekostet. Aber es war spannend. Und es hat Spaß gemacht. Ja, jo. Den kann ich ja machen, ne? Ja. Jetzt wisst ihr schon, wie ich als nächstes mache. Ja. Wir haben schon zwei geschafft. Und noch drei gibt es. Und Prüfung, Prüfung. Okay. Aber, das machen wir später. Auf jeden Fall machen wir jetzt als nächstes Rusev. Bis zum nächsten Mal. Ciao.